Hi Leute und herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Ihr habt euch als Abo-Special für die 30.000 Abonnenten ein Alle-Meine-Pferde-Video gewünscht und ein Alle-Meine-Zubehör-Video. Das Zubehör-Video kommt natürlich noch, das verspreche ich euch. Aber in diesem Video, das Video wäre einfach sonst zu lang geworden, zeige ich euch alle meine Hobby-Horses, die gerade so bei mir sind. Und ich muss sagen, das sind schon echt ganz schön viele geworden. Und ja, ich wollte euch heute so ein bisschen vorstellen und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Los geht's! Ich fange jetzt einfach mal an und zwar ist das hier der Maskotti. Er heißt mit vollem Namen M-L-I Maskotti. Er wird auch Masi genannt einfach, so als Spitzname. Er ist ein New Forest Pony, ist am 13.10.2014 geboren und ist somit jetzt 6 Jahre alt, der Süße. Ja, mit Maskotti reite ich sehr, sehr häufig springen. Dressur ist nicht so sein Fall, also ich bin jetzt eigentlich noch nie mit Maskotti Dressur gegangen oder habe irgendwas in Richtung Dressur gemacht, so richtig. Sondern ich springe eher mit dem Kerl. Ja, das ist halt auch seine Leidenschaft. Er rennt super gerne auf die Sprünge zu. Er ist ein ganz lieber. Er ist halt nur beim Futter ein bisschen frech. Also er zickt halt wirklich super rum und knappt auch nach einem und so. Da muss man so ein bisschen aufpassen, weil wenn es ums Futter geht, dann ist er halt leider so ein bisschen unerzogen, sage ich es mal so. Genau, und er ist ein Wallach. Und ich möchte mit ihm auch mal so Eventing machen und so. Also er soll wirklich so mein Springpferd-Eventing, so verrückt sein Pferd halt werden. Also womit ich halt so gefährlich Sachen machen, sage ich es mal so. Also alles ist gefährlich, aber ich meine, das Eventing ist halt dann doch noch mal was anderes als Dressur, sage ich es mal so. Ich will es nicht, ne? Natürlich, beides ist sehr gefährlich, aber ich meine, ihr wisst schon, was ich meine, so, ne? Okay, genau. Und der kleine Süße hat echt sehr, sehr viele Halfter, aber die werdet ihr dann noch sehen. Genau, so sieht er aus. Und er kommt aus Finnland übrigens. Genau, dann kommen wir hier zum nächsten Pferd und zwar ist das Arabelle. Ich nenne sie auch immer Belle. Belle ist am 23.03.2012 geboren und ist somit jetzt acht Jahre alt. Sie ist ein Andalusier. Einfach Colalu-Stoff. Oh mein Gott, ich freue mich gerade so. Und zwar kann ich direkt mal euch das zeigen. Und zwar, der sieht gerade viel rötlicher aus, als er es ist. Der ist gar nicht so rot. Und auf jeden Fall haben die nämlich jetzt einen neuen Stoff und zwar einen Fuchsstoff für Hobbyhorses. Und die haben mir richtig viel zugeschickt. Oh mein Gott, vielen Dank. Oh mein Gott. Hä? Als ob so viel. Guckt mal, wie viel die mir geschickt haben. Vielen lieben Dank. Oh mein Gott. Oh mein Gott, vielen lieben Dank. Oh mein Gott. Ich kann es einfach gerade nicht fassen. Ich kann ihn euch ja mal gegen so Maskotti zeigen. Also, der ist eigentlich, seht ihr fast der gleiche wie Maskotti. Und ja, den könnt ihr bei denen im Shop kaufen. Also bei Colalu. Ich verlinke euch den Shop nochmal unten in der Infobox. Das ist super toller Wellboa-Stoff für Hobbyhorses. Einfach empfehlenswert. Das ist wirklich richtig geil. Und Leute, ich habe noch etwas für euch. Und zwar gibt es auch neue Brauntöne. Und zwar diese zwei hier. Und zwar einmal Terra Braun und Chocolate. Ich blende euch nochmal ein Bild ein. Und Leute, für die 30.000 Abonnenten, darf ich zusammen mit Colalu beide diese Stoffe hier verlosen. Also es wird zwei Gewinner geben. Ein Gewinner kann den Stoff hier gewinnen. Und der andere Gewinner kann den Stoff hier gewinnen. Und zwar einmal diesen hier. 5 Millimeter. Mega, mega schön. Ich habe ein neues Pferd auch damit schon gemacht. Ich kann euch das Bild ja auch nochmal einblenden. Richtig cooler Stoff. Mega, mega weich. Müsst ihr euch reinziehen. Also kaufen. Und hier dann der hier. Der ist so ein dunkleres Braun. Auch super schön, schön weich. Der ist jetzt hier in 1,5 Millimeter. Also einmal der Stoff ist zu gewinnen und einmal der Stoff. Die werden euch dann von Colalu zugesendet. Alles, was ihr dazu tun müsst, habe ich euch ja davor schon gesagt. Und die Gewinner, die werden dann am 24.12.2020 bekannt gegeben. Das heißt an Weihnachten. Ich werde einen Community-Beitrag machen. Und da werde ich dann die Gewinner reinschreiben. Und ja, oh mein Gott. Jetzt nochmal was zum Fuchsstoff. Der ist so schön und so weich. Ich glaube es nicht. Oh mein Gott. So schnell ich kann, werde ich Pferde damit machen. Ihr glaubt es gar nicht. Also wow. Der ist so... Ich bin so dankbar. Ich bin einfach so dankbar. Auf jeden Fall, ihr könnt diesen Stoff... Ich kann ihn schon jetzt weiter empfehlen. Oh mein Gott. Ich bin gerade am Ausrasten. Ich weiß, ich bin komplett... Oh mein Gott. Ich bin gerade wirklich... Ich bin einfach... So, ich habe mich jetzt etwas beruhigt. Auf jeden Fall vielen lieben Dank an Colalu für diese wunderbare Möglichkeit, dass meine Zuschauer jetzt so einen tollen Stoff gewinnen können. Denn ich bin wirklich 100% überzeugt von dem Colalu-Stoff. Er ist wirklich perfekt für Hobbyhors. Es lässt sich super verarbeiten. Und das Ende gibt. Und es ist einfach wunder, wunderbar, Leute. Also ich verlinke euch einmal deren YouTube-Channel. Unten in der Infobox und deren Seite. Denn bei Amazon findet ihr diese Brauntöne noch nicht. Sondern nur auf deren Seite. Deshalb schaut da auf jeden Fall vorbei, wenn ihr euch den kaufen möchtet. Genauso wie den Fuchsstoff. Und es gibt wirklich super viele andere Stoffe dort auch. Zum Beispiel auch so einen hier. Der ist auch richtig, richtig cool für Palominos. Nach dem kleinen Zwischenstopp machen wir weiter mit meinen Pferden. Und zwar ist die Belle, wie gesagt, ein Andalusier. Und ich reite sie hauptsächlich in der Dressur bis S. Wir haben auch schon eine S-Platzierung gemacht bei unserem letzten Hobbyhors-Turnier. Den Link zu dem Video, wo ich euch bei meinem Hobbyhors-Turnier mitgenommen habe, bei meinem ersten Hobbyhors-Turnier, den verlinke ich euch mal in der Infobox. Ihr müsst euch das Video auf jeden Fall anschauen. Da könnt ihr auch sehen, wie ich Belle mit Kandara geritten bin. Und ja, manchmal springe ich auch mit ihr. Das macht sie auch super. Da sind wir eh platziert. Und genau, sie ist halt eine Stute logischerweise. Und sie hat so ein richtig cooles, selbstgemachtes Halfter von mir. Hier könnt ihr dann Jack sehen. Mit vollem Namen heißt er Carbase Cute Jack. Er ist am 30.06.2018 geboren, ist also zwei Jahre alt. Er ist noch nicht angeritten. Er hat zwar trotzdem eine Trense an, weil ich einmal mit ihm ums Haus geritten bin, aber eigentlich wird er jetzt noch nicht geritten, sondern ich mache sehr viel Bodenarbeit und longieren mit ihm. Er soll später aber mein Kutschpferd werden, denn ich fahre ja auch Kutsche mit den Hobbyhorses. Da mache ich auch nochmal ein Video zu. Genau, aber auch Springen, Eventing, Dressur. Er soll so ein Allrounder sein. Und genau, er ist ein Welsch. Und er ist von mir selbst gemacht, der Süße. Und ich liebe die Nüstern. Und er ist echt sehr, sehr süß, oder? Er hat so eine Miene. Genau. Das ist der liebe Jack, mein neues Familienmitglied. Den habe ich jetzt schon ein bisschen länger, aber wie gesagt, er ist selbst gemacht. Kommen wir hier weiter zu KBs Golden Akira. Sie ist mein drittes, selbstgemachtes Hobbyhorse gewesen. Ich habe sie nach Floridana gemacht. Sie hat gerade ihr hübsches Halfter an, mit diesem coolen Bären dran. Und ja, sie ist auch noch eingeflochten vom Turnier, aber ich habe es gelassen, weil ich fand es so super schön. Akira ist am 31.05.2012 geboren und ist jetzt somit acht Jahre alt. Sie ist ein deutsches Reitpony und ich mache mit ihr Tressur. Da bin ich auch schon eh platziert mit ihr zusammen und springe auch. Da ist sie auch richtig, richtig gut im Springen. Natürlich auch ausreiten gehe ich mit allen meinen Pferden. Genau. Und sie ist richtig, richtig brav und eine ganz, ganz liebe Maus. Und neben der Akira ist mein erstes selbstgemachtes Fohlen namens KBs Conti, auch komplett gerade. Genauso wie Akira auch komplett gerade. Und er hat so ein süßes Öhrchen. Auf jeden Fall ist KBs Conti mein erstes selbstgemachtes Fohlen. Wie gesagt, er hat auch so ein selbstgemachtes, cooles Halfter drauf. Und er ist auch schon verkauft. Ich wollte ihn euch aber trotzdem mal zeigen, weil er jetzt, seit ich ihn gemacht habe, jetzt ein bisschen bei mir war. So ein bisschen so, sage ich mal, so ein bisschen zur Ausbildung und sowas. Und ja, ich wollte ihn euch trotzdem einfach mal zeigen, weil er ist doch total cute, oder? Wie gesagt, selbstgemacht und ich bin da super stolz drauf. Daneben ist, man könnte sagen, sein Vater, der Navajo. Der hat nämlich auch so ein süßes Öhrchen. und braune Augen und hier am Maul so süß rosa. Conti hat hier aber kein Rosa. Genau, Navajos Spitzname ist Nayo. Er ist am 25.07.2008 geboren, ist also jetzt zwölf Jahre alt. Er ist ein Hannoveraner und mit ihm und mit ihm mache ich Springen, Eventing und Dressur eher weniger. Da lässt er sich auch super gut reiten und er ist super, super lieb, der kleine Mann. Neben dem XXL Navajo, der hier übrigens auch so ein Fleck hat, ist Vinny. Den habe ich euch ja schon in meinem, glaube ich, letzten oder vorletzten Video vorgestellt. Er ist am 10.03.2011 geboren und ist jetzt also neun Jahre alt. Er ist ein Oldenburger und er geht bis Estressur-Kandara, also ein richtig super Profi-Pferd. Spring jetzt eher nicht so. Aber jetzt muss ich noch zu ihm was sagen und zwar ist er bei mir zur Verfügung, also er gehört nicht mir, sondern er ist jetzt erstmal zur Verfügung bei mir. Er ist jetzt schon seit, glaube ich, zwei Monaten ungefähr oder einem Monat bei mir zur Verfügung. Er wird auch noch bis ins nächste Jahr länger bleiben. Wir wissen es nicht so ganz, aber er wird jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen länger bleiben. Habe ich jetzt auch schon mit der Besitzerin abgemacht. Das heißt, ich wollte ihn euch auf jeden Fall nochmal vorstellen, da ihr ihn dann jetzt erstmal öfter sehen werdet und ihr seht, er hat eine super coole Fellfarbe. So Flecken hat er da, also so, ja so, ihr wisst schon, was ich meine. Richtig süß, der kleine Kerl. Naja, klein. Der große Kerl hier, ne, der Bubi. Der Haflinger dahinter heißt Nepi, er wird auch Nepomuk genannt. Er ist eher so ein Freizeitpferd und geht auf Ressour und so und ist super für Bodenarbeit. Und ja, damals ist er auch gesprungen, aber jetzt ist er eher so das Freizeitpferd. Er ist nämlich 20 Jahre alt, am 20.04. im Jahr 2000 geboren. Richtig cooles Geburtsdatum und den gibt es auch in echt. Und ja, er ist das Pferd meiner Freundin und ich habe ihn jetzt auch erstmal zur Verfügung. Schon sehr lange habe ich ihn jetzt und keine Ahnung, wie lange ich ihn noch haben werde, da meine Freundin mit Hobbyhousing aufgehört hat. Genau das Gleiche ist es hier mit der Luna. Die ist eine Stute, geht Ressour und springen, ist 10 Jahre alt und was ist das? Sie ist auch von meiner Freundin, die mit Hobbyhousing aufgehört hat und deshalb sind die beiden jetzt so da für Britzo zum Reiten einfach. Genau. Mega, mega cool. Und hier ist dann der Snow. Mit vollem Namen heißt er LD Snowman. Er ist am 7.12.2010 geboren, ist also 10 Jahre alt. Er ist vor ein paar Tagen 10 geworden. Er ist ein deutsches Reitpony, geht springen, Dressur. Er springen, würde ich sagen. Er ist eine Kanone, eine Bombe, der ist richtig gut beim Springen und er ist ein Hengst, der Süße und an ihm liebe ich sein Blausauge und er war ein Geschenk von Laurel Designs zu Weihnachten, letztes oder vorletztes Jahr. Ich habe schon ein bisschen den Überblick verloren. Das sind alle meine Hobbyhorses, die gerade bei mir sind. Ich bin super stolz. Es erwarten mich aber noch welche aus Finnland. Mal schauen, ich bin da noch ein bisschen auf der Suche. und ja, mein Soul Horse wurde auch ganz oft gefragt, wer mein Soul Horses sind. Ist einmal auf jeden Fall Maskotti und Belle auch und Jack mag ich auch total gerne. Akira mag ich auch total gerne. Ganz viele mag ich ganz gerne, aber das sind so die drei, die ich schon so am liebsten mag, muss ich ganz ehrlich zugeben. Guck mal, die sieht aus wie betrunken. Nein, die süße Maus, nein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Danke, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr konntet alle Emojis finden. Schreibt mir die auf jeden Fall in die Kommentare rein mit den ganzen anderen Dingen, die ich euch ja am Anfang des Videos schon gesagt hatte. Und dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.